Und das heißt, gegen Kommando-Man und Strike-Man haben wir so oder so die Waffe. Also... Zum Beispiel könnte die von Night-For-Man gut gegen Kommando-Man sein und die von Sheep-Man gut gegen Strike-Man oder andersrum. Mal sehen. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass Blade-Man gut gegen Sheep-Man ist, weil... Anders wäre komisch. Naja, egal. Wapsa, haha. Ah. Schön. Was haben wir hier? Oh, Baseballs. Baseball-werfende Leute, Typen. Baseball-Spieler halt. Butch, butch. Hui, runter. Oh nein, doch nicht. Kann ich das Ding? Nein, ich kann nicht. Ah, das wollte ich nicht. Oh, ein Home-Run muss ich schlagen. Nein, was muss ich machen? Was ist das? Fußball? Was soll der? Kack. Äh? Was mache ich hier? Au. Okay, ich kapiere es nicht ganz. Aber, ich glaube, wenn ich jetzt das und den da oben treffe... Ah. Ich muss den Kopf treffen, ne? Äh, naja. Zumindest, ich soll den Kopf treffen. Ich soll einen Kopfball-Körper... Hä? Naja. Egal. Ich könnte jetzt die Wolle benutzen gegen den, weil die steigt nach oben. Und ich wette, die ist auch die Waffe gegen den. Und die ist genauso die Waffe gegen den, wie gegen seinen Boss. Denke ich. Upsa. So. Und hopp. Drei Schrauben. Hurra. So, jetzt Wolle auswählen. Äh. Thunderwool. Au. Ey. Das klappt so nicht. Okay, okay. Das klappt nicht. Äh, jetzt hab ich's. Dass es nicht klappt, weil meine... Watershield? Vielleicht. So. Naja. Auf eine gewisse Art und Weise könnte es klappen. Ah, schon fertig. Okay, jetzt hab ich's rausgefunden, wie... Es klappt. Mann, Mann, Mann. Wasser gegen Köpfe. Ich weiß nicht, wo da die Logik ist, aber ich liebe es. Und was macht das Ding? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Aber wenigstens ist der Miniboss schon weg. Au. Ich kapier das irgendwie nicht, wie die Dinger funktionieren sollen. Au. So, jetzt guck ich. Ist irgendwas gegen den gut? Nein. Das nicht, zumindest. Wrum, wrum. Nein. Das wird auch nicht klappen. Spikes. Ah, okay. Eis gegen unzerstörbare Dinge. Oder gegen nicht ganz unzerstörbare Dinge, weil... Was ist das? Hä? Ah. Okay. Moment. Jetzt hab ich's kapiert. So, wo komm ich raus? Ah, bei Game Over. Klasse. Okay, continue. Boah, ich mach dich fertig. Ich mach dich fertig und deine Mutter auch. Ah. Und ich stand noch nie auf Baseball. Ja, ich bin nicht so der Baseball-Fan. Deswegen... Was soll's. Muss ja nie mal... Äh, muss ja nicht jeder draufstehen, ne? Hopps. So, jetzt... Wasserschütz. Ganz einfach. Au. Fuck. Au. Oh, Mann. Das war jetzt nicht so gut. Wapsa. Haha. Yeah, fertig. Fertig. Ah, schön. Also, die Musik ist auch okay. Zu dem Level hier. Oh, die hört sich auch so übelst nach Stadion-Gegröle an. Wenn's... Also, gerade eben das... So, dieses... Dam, dam, da, da, dam. Da, 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 dam. Ja. Ganz typisch fürs Stadion sowas. Ah, nein. Ich will nicht getroffen werden. Ich will nicht... Ah, ich wurde nicht. Bam. Ich hab dich getroffen. Ich ficke dich. So, jetzt wieder die... Tollen... Fußbälle. Hey, das ist geil. Mit dem mach ich das auch. Ey. So, hoch. Haha. Das macht schon Spaß, sowas. Ui. Oh. Die sind jetzt aber nicht so toll. Oh. Das wird lustig. Oh, Gott. Oh, Gott. War das eklig. So, jetzt nochmal das Ganze. Oh, eine Laola. Das ist doch Absicht, dass das wie eine Laola ist, oder? Hey. Wer sagt mir, dass das schwer ist? Wer sagt es? Ich sag scheiße. Nochmal. Ah, ja, stimmt. Ha, 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 ha. Ich hab'n Leben. Und ich bin... Schon wieder hier? Oh, noch so'n Typ. Okay. Okay, Watershield aktivieren. Autsch. Shit. Shit, Alter. Schon fertig. Na toll. Als ob das jetzt schwer war. Ba, 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 bam. Ah, hör auf. Hört auf. Hört alle auf. Igitt. Was sind das überhaupt für Dinger, die da ausklappen? Kann mir das jemand erklären? Ah, psst. Oh Gott. Jetzt kommt wieder der Kerl. Mit seinen scheiß Bällen. Oh. This guy with his balls. Yeah. Um mal... ...ne englische Pointe zu bringen. Wee. So. Oh, gleich zwei. Immer. Ist das krass. Ihr seid alle so krass. Ihr seid Megamans. Ihr seid alle Megamans. Ich bin nur ein Megaman, aber ihr seid alle Megamans. Ja. Fuck. Oh nö. Nicht schon wieder das. Ich mach's mir einfacher. Diesmal ja. So. Ah, da ist sogar einer, der ist nicht so wie die anderen. Der war ohne Stachel. So, und ich bin schon am Bus. Und ich hab sogar... ...jetzt einen extra Versuch frei, theoretisch. Oh. New. Sixty-six. Ich werd auf jeden Fall nach den Bossen mal nachgucken, was das eigentlich heißt. Autsch. Ähm. Ups. So. Moment. Was hatten wir gesagt? Rolle? Oder? Wir haben ja auch theoretisch den hier. Naja, so, so toll sieht der mir jetzt nicht aus gegen den Boss. Hm. Wolle? Das bringt gar nichts. Das bringt nicht mal ein bisschen, also... ...hab ich ein Problem. Aber welches... Welche, äh, welche Waffe krieg ich denn? Oder war der Watershield nicht gut gegen... ...ging Solar Man? Und dabei ist es... ...ist der Watershield gut gegen den? Weil er schon so gut auf die anderen Viecher wirkt? Nein. Das bringt nichts. Oh Gott. Endlich mal ein Boss, der schwer ist. Nach meinen... ...Anschauungen. Ah. Er macht Fastballs. Und... ...he got Fastballs. Oh. Mann. Also, wie... ...wie krieg ich das hin, dass der... ...hä? Ah, okay. Also, möglichst weit von ihm wegstehen wahrscheinlich. Und dann... ...sehen wir weiter. Upsa. So, jetzt aber bitte. Sobald er dieses Ding... Ach so. Er kann auch nach oben und das Ding werfen. Ah, scheiße. Ah, wie... ...wie soll man dem denn... ...ausweichen? Den ganzen Scheiß hier. Ah, Mann. Ah, warum springe ich da auch noch? Ah, Mist. Autsch. Oh, Mann. Okay. Scheißegal, ich hab genug E-Tanks. Zwei. Nämlich... Ich könnte ja auch mal Eddie dann mitten im Kampf rufen... ...so kurz bevor es wieder kritisch wird. Also, jetzt. Haha. Ah. Er trifft mich. Nicht. Ey, geil. Autsch. Ah. Jetzt wird's wieder ge... ...blöd. Ich könnte wieder Eddie rufen jetzt, sobald ich einmal getroffen werde. Ja, jetzt rufe ich Eddie. Wo ist er? Da ist er. Nein! Was? Äh... 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 Okay. Aber nächstes Mal teilen mich's besser. Ah. Eddie verbraucht. Find ich's. Gar nix. Du bist... Du hast Eddie auf dem Gewissen. Du Böser. Ah, fuck. Ah, Mann. Ich hasse es. Au, ich hasse es noch mehr. Ja. Ja.